Beim Purzelbaum gibt es einen Unterschied zur Rolle. Der Purzelbaum läuft gerade über den Kopf. Ich stütze mich mit den Händen ab, mache mich ganz ruhig und lande hier hinten auf dem Nacken. Bei der Patsugo-Rolle rolle ich über die Schulter. Die 3- bis 4-Jährigen sollen aber nur den Purzelbaum können. Noch einmal Purzelbaum.